Hi Art-Attack-Fans! Holt euch schnell was zu schreiben, denn gleich verrate ich euch, welche Bastelsachen wir heute bei Art-Attack brauchen. Bis gleich! Freut euch auf Art-Attack! Heute basteln wir ein Wandmonster. Dafür brauchen wir dicke Pappe, einen Klebestift, weißes Papier, eure Schere, Zeitungspapier, Klebeband, weißen Bastelkleber, Klo- oder Küchenpapierstreifen, Plakatfarbe und Pinsel. Übrigens findet ihr eine Liste der Bastelsachen auch im Internet unter www.disneychannel.de. Also Bastelfans, bis später! Art-Attack! Heute 15 Uhr im Disney Channel.